schön dass du da bist liebe jungfrau liebe mai 2022 ich schau mal welche situation sich für dich im kollektiv zeigt liebe jungfrau und dann siehst du ob du bei dieser kollektiven lege dabei bist die eben keine persönliche kartenlegung ersetzt wenn du sagst ich sehe mich da so gar nicht wieder liebe jungfrau dann schau einfach der aszendenzzeichen sonnenzeichen oder mondzeichen die jetzige situation wenn du die da wieder findest dann schau was dein thema dabei ist ja was dir die karten für einen spirituellen impuls liefern das auszubringen und die mögliche tendenz in sachen liebe mai 2022 in das genre auch eine für dich ja danke übrigens für die situation die thematik jungfrau jetzt schauen wir mal es ist kommen die thematik passion du siehst zwar personen es gibt definitiv bei dir liebe jungfrau in der situation wo es jemand anderen gibt also entweder einen wunschpartner oder irgendeinen ex partner oder hast du gerade jemanden kennengelernt oder es ist einfach in den herzen anderer menschen du bist in einer partnerschaft also das ist ganz ganz starke ja magie chemie zwischen euch aber es ist eben die karten zu hause kommen liebe jungfrau das heißt dass das ist sozusagen entweder überhaupt keine chemie gar keine anziehung oder totale anziehung ja also da möchte ich gerne näher reinschauen liebe jungfrau weil das ist mir einfach zu wenig info damit du weißt ob du da mit dabei bist bei diesem kollektiven marakel die situation jungfrau die situation jungfrau es geht definitiv um die situation ich sehe da schon diese qualität aber ich möchte gerne die tarotkarten einfach vertiefend dazu befragen und dann beschreibe ich da die situation die ich da sehe die sie eben für dich liebe jungfrau da zeigt und dann siehst du eh ob du die da wieder findest oder ob du dein aszendent sonnenzeichen oder mondzeichen schaust und dann und 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 so 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 die situation die sich dort zeigt ist dass grundsätzlich die anziehung also grundsätzliche anziehung ja von der dadurch die rede war sehr wohl da ist zwischen euch es geht definitiv liebe jungform situation wo es an anderen menschen gibt entweder in einer partnerschaft du bist bist du oder in einem kennenlernprozess oder da gibt es einen wunschpartner oder ein ex oder so ich spreche es aus der sicht einer frau von der mann bis 30 bitte um das ist zu sehen und es ist ja zu sehen dass da was entweder zu ende ging oder ob er ein kontaktabbuch ist dass du dir in einer situation befindest im turm ja des rückzugs entweder hast du dich selber zurückgezogen oder du fühlst dich einsam die sehnsucht ist aber da warst du mit dem schiff und die sense besagt schon dass etwas sehr schönes entweder von dir beendet wurde oder von der anderen person einen abbruch gefunden hat man ist wie diese verankerung ja diese sicherheit ja weil sie da der anker zeigt und auf der anderen seite in der turm ist getrennt oder wurde durchtrennt entweder durch dich oder durch die andere person der gegenüber wir schauen weiter also wann du dich wieder findest bleibt gern eben dran so es ist so dass es der situation ist wo du in einer warteposition bist oder sehr lange gewartet hast ja du bist im moment sehr im verstand und einfach in der geduld also so wie es ausschaut ist so aufgrund der anderen karten dass der gegenüber hier abgebrochen hat liegt eben in verbindung mit dem turm und das ist schon der zusammenbruch es ist so liebe jungfrau dass du also was du ihr habt auf drei orten zeigen die karten dass es eine abwartende position ist die aber für dich die bereitet die schlaflose nächte die neuen der schwerter du machst dir irrsinnig für gedanken man kann dass du so sehen machst du ist nicht für gedanken vielleicht 9 das schwert das einer schuldgefühle ja und auf zweifache art und weise ist es also das ist um unsunde situation für dich und vielleicht auch abhängigkeit weil sie das auch durch den anker zeigt sich schon auch die energie des festhaltens ja das ist immer die eine deutungsmöglichkeit und die andere ist dass es für dich ungesund ist die diese schuldgefühle da diese diese vielen gedanken zu machen ja es ist übertriebenes im kopf sein ja in dieser situation über also ein zerdenken aber ein ungesundes zerdenken ja das ist die zweite variante das heißt in sachen liebe in dieser situation wo es definitiver gegenüber gibt dazu sehr nachzudenken 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 und das schadet dir einfach ja also und auch das was sie zeigt was dir was ungesund ist für die in dieser situation ist diese entscheidungslosigkeit oder dass es aus deinem empfinden sind zweiter steben ja keine entscheidung gibt entweder in dir oder in dieser situation ja also nicht links nicht rechts dass du da aus dieser worteposition nicht rauskommst innerlich bewusste liebe jungfrau es ist weiter so dass entweder von dieser person um die store geht weil es geht ja definitiv um zwei personen hat sie gleich gesagt dass sich diese person bei dir meldet oder es ist eine andere person eine neue person die auf dich zukommt mit einem kleinen impuls also das ist jetzt nicht die tendenz legung die kommt erst aber es ist so vielleicht hat sich schon jemand bei dir gehört oder diese person hat sich bei dir gemeldet hat einen impuls gesetzt ja also ob das jetzt zwei personen sind oder eine ist das kann ich jetzt nicht sagen aber es ist definitiv eben der gegenüber oder jemand neuer wo du an impuls in sachen liebe erhalten hast also im liebesbereich so ja ich schau mal was das für ein impuls war oder der vor kurzem da war entweder ging es um geld oder um den wunsch mit dir in eine feste beziehung zu gehen aber die karten sagen es ist eher eine überlastung eine also impuls gewesen aufgrund einer überlastung und wieder münzgarten es kann auch um geld oder materielles gehen oder gegangen sein aber mit den zehn stäben ist es so dass dieser impuls ja ob das jetzt von einer derselben person war oder von einer anderen also für dich überforderung überlastung dargestellt hat liebe jungfrau wenn du dich da wieder gefunden hast dann bleib gern dran wenn nicht schau dir erst in den zeichen sondern sich ein mundzeichen und ich schau weiter was dein thema dabei ist was die karten als impuls dir liefern was dein thema in sachen liebe ist was du integrieren darfst kann es so ist und dann die mögliche tendenz im mai 2022 für dich liebe jungfrau danke übrigens liebe jungfrau für dein like das abo das ist kostenfrei und das teil von meinem kanal freu mich sehr gut was raten die karten was sagen die karten was dein thema dazu ist eine sekunde ein schluck tea was ist dein thema es ist doch eine ungesunde situation liebe jungfrau was ist dein thema eine entscheidung es geht um eine entscheidung es geht um eine entscheidung interessant der teufel und die auch kärle es geht um dass du eine toxische situation oder toxische energie in dir verabschiedet das ist der thema es ist zuerst schon der teufel erschienen liebe jungfrau es geht definitiv um eine wahl die gerechtigkeit dass man das einfach nur vertiefen und dann ist eben diese verabschiedung von toxischen ungesunden strukturen in dir oder in dieser verbindung zu verabschieden dich zu lösen da gibt es strukturen oder verhaltensweisen oder eine situation die dir einfach nicht gut tut ist sich kommunikation liebe jungfrau wiederum dein gegenüber dass ich schon den acht stäben es geht um zu kommunizieren es ist der thema noch jungfrau es geht um deine gefühle fließen zu lassen es geht um den emotional haushalt du kannst dieses symbol das element wasser darstellt die aufzeichnen du kannst wasser energetisieren damit dann unterstützt sie energetisch dass deine gefühle der emotional haushalt mehr ins fließen kommt jungfrau ja das war eigentlich das war eigentlich so da dass du dir wasser energetisierst ich leg's da nochmal so her also dreieck mit der spitze nach unten liebe jungfrau kommunikation ist wichtig ich möchte das mit der entscheidung noch vertiefen jungfrau der gegenüber wird keinen impuls setzen oder beobachtet die zeigt sich aber nicht ich habe ich krieg da so nix anders aus immer die entscheidung und dass sie der gegenüber beobachtet oder zumindest an dich denkt oder kontakt aufnehmen würde gern traut sich aber nicht und es geht um klarheit es geht um eine wahl noch einmal aus der schwerter da kriegen wir nicht so viel raus wir schauen einmal die Lenormandkarten und dazu diese entscheidung ja weil jetzt sind wir ja bei dem sektor liebe jungfrau weißt du was ist dein thema also was für entscheidung in sachen liebe vielleicht in dieser situation das heißt aufgezeigt wurde schau dir gegenüber wieder zuerst hat sie sagen bei den tarot karten zack die börse ob es ein neubeginn gibt oder nicht es geht um die entscheidung neubeginn ja oder nein es geht um die entscheidung neubeginn ja oder nein da geht es eben definitiv um ein gegenüber toxische strukturen verlassen in sachen liebe ungesunde strukturen in dir ungesunde gefühle also ganz stark um den gefühlshaushalt geht da haben wir ja auch Kopf die Fische da haben wir das Gefühl Element Wasser aber auch das Geld ja die klassische Finanzkarten aber die Fische sind auch die Gefühle ja so liebe Jungfrau sehr sehr spannend wir schauen auf die mögliche Tendenz im Mai 2022 ich bin schon neugierig was sie dort sagt bei dir beziehungsweise bei euch Mai 2022 mögliche Tendenz definitiv mit dem Turm brechen eure Strukturen zusammen du liegst da wieder das Kelchpfönig hin also wieder es geht einfach um den emotional Haushalt eine Chance auf in Liebesdingen wirklich ne auf eine dauerhafte beständige Verbindung aber mit dem Turm bricht definitiv euch das zusammen in dir oder außerhalb von dir Jungfrau Jungfrau am Monat der Veränderung wieder die Kommunikation es wird gesprochen kommuniziert und zwar über einen Streit die 5 der Schwerter die 9 der Stäbe das es auszubringen oder über eine Situation die sehr unfair war ja die 5 der Schwerter ist wirklich sehr sehr verletzend es ist auch eine Situation wo es sein kann dass jemand Außenstehender einfach in die Situation negativ hineingefunkt hat ja aber eben missgünstig und wo Verletzungen stattgefunden haben also mit den neuen da stehen und was so gespielt ist das ist das von der Energie her eher so dass wirklich in der Vergangenheit ja weissens war hatten jetzt nicht Verletzungen da wirklich unschöne Streitigkeiten gegeben hat die sehr 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 verletzend waren und da wird darüber geredet also so ist die mögliche Tendenz und der Tod zeigt dass es so wie es war nimmer ist entweder abgeschlossen wird oder nicht mehr gelebt wird ok weil der Turm und der Tod das zeigt wirklich ok da ist ein Zyklus da ist eine Verhaltensweise oder mehrere Verhaltensweisen es hat sich der Teufel gezeigt toxisches ja oder eben eine Verbindung das wird nimmer mehr so gelebt wie es gelebt wurde es ist beendet ja es wird dann ruhiger weißt du Jungfrau es beruhigt sie die Energie in Sachen Liebe und du kannst du lass die Vergangenheit oder wie das gelaufen ist ja wie das war wie das gelebt wurde zurück und schaust nach vorne in einer sehr ruhigen Energie schau jetzt mal an der Kirche und da haben wir eine Begegnung oder ein Kontakt ja kann ich jetzt nicht sagen ob das zwischen der Person um die es da eben auch in der Situation geht in der du jetzt gerade bist oder ob das jemand gleicher ist ein Karten schauen wir noch liebe Jungfrau ein paar Karten da kriegen wir nichts raus die zwei der Schwert und die Holpriesterin also das will uns jetzt nicht verraten werden liebe Jungfrau gut gut auf alle Fälle das schaut sehr sehr schön aus nur mal der Mond und der Unterseite das Verborgene ist also das bleibt jetzt im Geheimen liebe Jungfrau da darfst du einfach neugierig sein ja auf Mai gut gut in Sachen Liebe ja in diesem Sinne liebe Jungfrau darf ich mich verabschieden schön dass du mit dabei warst und bis bald viel Segen für dich Stella bla eyes m bla 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 bla